Hallihallo, Hallöchen, Leute und herzliche Willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker. So, wo wollen wir hin? Wir wollen da so ein Stück rüber, ne? Ja, da wollen wir ein bisschen rüber, wir müssen ja wieder ein bisschen bestellen, oder beziehungsweise verstellen, sonst fährt das nämlich nichts. Und dann wollen wir rüber zum verbotenen Hain, aber erstmal wollen wir da drüben landen. Danach müssen wir uns mit dem Tornado zusammenschließen, weil sonst wird das nämlich nichts. Vielleicht kriegen wir direkt schon den ersten Umlauf, das wäre ganz cool. So, welche Richtung geht das denn ungefähr? Wenn das da hingeht, dann muss das hier da ungefähr so hin, ne? Ja, richtig sogar. Cool. So, komm her Windchen, oder Tornadochen, siehst du, wo du herkommst, genau, 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 komm her mit dir. Wupp, ha, was? Ich hab keine Magie gehabt. Oh, dumm. Da wollte ich jetzt gerade, ich hab nicht, dass ich keine Magie hab. Ach du Scheiße. Wo ist er? Oh nein, jetzt müssen wir einfach ein Tornado warten. Ah, gut, Scheiße. Guti, dann müssen wir halt hier ein bisschen warten. Ich weiß, wann die Frauen sollen, es kommt wieder... Ah, dumm. Es kommt wieder sehr, sehr unregelmäßig. Ähm, ich bin momentan ein bisschen am Planen. Rechne bitte damit, dass es, äh, ab nächste Woche alles wieder ein bisschen regelmäßig und geplanten, oder geplantär, kommt. Versprochen. Also ich würde, ich werde mir vielleicht ein bisschen Planen überlegen, dass es auf jeden Fall täglich mindestens zwei Videos kommen. Das, das, das verspreche ich jetzt einfach mal. Das werde ich aber auch nochmal im MK8-Puddle, glaube ich, nochmal besprechen mit euch. Das, glaube ich, denke ich ganz gut. Auch wenn wir gebumst und das alles, das muss alles mal jetzt wieder gemacht werden. Also, unbedingt. So, rüber. Hopp, hopp, hopp. Hoch. Sehr nice. Guti. Lass uns jetzt da rüber. Oh, shit, hoffentlich treffen die mich jetzt nicht. Lasst mich bitte in Ruhe. Lasst mich einfach in Ruhe. Und landen. Wie ein junger Gott. So, was, zeig mal was hier. Was gibt's jetzt hier Schönes? Gibt's hier sehr was Schönes? Oh, scheiße. Okay. Ich wollte also ein bisschen stressig, ich lieber Fiecher. Wie soll er mal Kuso? Hieß er Maku? Maku? Maku so, irgendwie so, ne? Entweder so hieß er doch. Was ist diese Scheiß, äh, Nuss? Lass sie los. Mann, ihr scheiß lieber. Oh, ich hab direkt zwei Stück auf einmal erwischt. Nice. Oh, diesen Dungeon, ich mach die noch nie. Oh, Grünliber. Ich mach diesen Dungeon irgendwie noch nie. Aber den schlimmsten finde ich eigentlich immer noch, ist, ist, ist immer noch der Geistertempel. Den mach ich immer noch am wenigsten. Ich weiß nicht warum. Aber den kann ich einfach nicht. Ich mag ihn einfach nicht. Ich kann den Geistertempel nicht leiden. Warum? Keine Ahnung. Kann ich auch nicht sagen. So, wir wollen da rüber. Da, zack. Da rüber. Okay, kriegen wir hier um. Ach, hier oben kriegen wir eine Bombe. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Ich muss schon sagen, bringen wir uns in hier um irgendwas. Ich würde das aber nicht. Ich würde mich jetzt unter die Bombe aktivieren. Oh Gott, ich hab sie aktiviert. Habe ich ihn? Er ist nur gestunnt gewesen von einer Bombe? Ja gut. Von mir aus. Mir soll das Wumpe sein. Explosion. Treff halt nicht. Theoretisch müsste das treffen, oder nicht? Die verkanne ich nicht. Schade. Normalerweise müsste das das treffen. Oh, trifft das schon wieder nicht, ne? Natürlich nicht. Ich, weißt du was? Ich geh jetzt einfach da hin und leg die da vor. Ist mir jetzt egal. Nimm die Bombe. Geh hier hin. Leg sie da hin. Geh weg. Geht doch. Meine Güte nochmal. Ist doch gar nicht so schwierig. Wo ist dein fucking Problem? So. Ach ja, der Dungeon war aber, glaube ich, eigentlich recht schnell. Na gut, das sind doch die Anfangsdaten. Natürlich sind die recht schnell. Ach, da ist noch ein Ding. Natürlich sind die noch recht schnell. Komm rüber. Ich muss da rauf. Bitte. Danke. Warte mal. Ne, so. So. So? Ah, wunderbar. Ich hatte hier, der Verhältnis auch früher als Kind immer. Ach, scheiß ich wollte gar nicht nochmal drücken. Nein, 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 andersrum. So, gib ihm. Ich, ich, ich. Man muss halt nicht genau drauf, weil ich hab früher jetzt immer genau drauf gehalten. Und hab's dann irgendwie nie so wirklich geschafft, da weiterzukommen. Einfach nur, weil ich immer Probleme hatte, weil die sich halt immer zurück und hin und her gedreht haben. Aber wenn man einfach auf die Seite mal auf die andere, das reicht auch. Oh, man muss ja nicht genau drauf halten. Das wusste ich nicht. Ich hatte keine Ahnung. Okay, euch kann ich nicht so töten. Das ist schade. Ich hätte, ich hätte, obwohl, ich kann euch nicht so töten. Genau so. Zack. Sehr, sehr gut. Das ist gut zu wissen. Ich hab, ich hab gerade, ich kann euch nur mit den, mit den Fässern töten. Äh, nicht mehr den Fässern. Mit den, ähm, Dungeon-Item, das wir hier bekommen, töten. Dem Boomerang. Wie ein Bum, 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 Rang. Komme ich wieder an dich dran. Ich wusste doch, hier war doch die. Ich wusste doch gerade, hier ist irgendein Ding, was ein Hochschießling. Da hatte ich mir schon fast gedacht, dass es die hier ist. Hätte ich mir eigentlich schon fast denken können. Hoch der. Geil. Nisa. Und ich weiß, dass die Gesundheit schreibt, weil die nette Leute seid. Also vielen, 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 vielen Dank. Danke, danke, danke. Ich weiß, ich weiß ja, ich weiß, dass die Gesundheit sagt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, und einmal wieder zurück, bitte. Ich sagte zurück. Ich sagte zurück. Zurück. Dankeschön. Schneller. Nein. Oh, andersrum. Come on. Come on. Come on. Come on. Er kann noch langsamer gehen. Das wäre super, würde ich das finden. Noch langsamer. Boah, wäre das geil. So, mitkommen. Hier rauf. Da hinlegen. Und zurück. Das geht immerhin schon mal ein bisschen schneller. Und wann hat er eben mit dir? Bist du kaputt? Du drehendes Scheißding. Bist wahrscheinlich kaputt. Nice. So, ich müsste doch schon... Ah, das ist der Raum. Wupp. Hier kommt nämlich jetzt die... Ich komme da so ein Labyrinth hängen gebaut. Das heißt, wir müssen das Ding... Wie ich schon gesehen habe, einfach wegpusten. Da musst du ja auch jetzt... Hä? Wie soll ich das machen? Aber ich habe immer das Problem. Allgemein habe ich in vielen Zelda spielen. Benutzt aber die Items, die du bekommen hast. Das würde vielleicht Sinn ergeben. Ja, doch. Das würde vielleicht sogar Sinn ergeben. Benutzt die Items, die du bekommst. So, go, 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 go. So, hoch, zack, rüber. Alter, läuft das hier gerade gut. Ich bin schon was Speedrun-mäßig unterwegs. Na gut, Speedrun-mäßig ist ein bisschen übertrieben. Das gebe ich zu. Aber trotzdem, recht flink. Eigentlich bin ich recht flink sogar unterwegs. Wie ein Boom, 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 Bumerang. Achso, scheiße. Warum nehme ich die Nuss da nicht mit? Nüsschen, gib mir ein Küsschen. Come on. Wir müssen hier rüber. Da rein. Buff. Was ist denn hier schönes Rennen? Uh. Das ist doch der Raum, mit unten die ganzen kleinen Scheißfächer sind, oder? Ja, da unten die ganzen kleinen Scheißfächer. Aufgeschissen. Och nein. Nie Glück. Ich muss hier loswerden. Das bewege ich mich mega langsam. Also wirklich extremst langsam. War hier nicht irgendwas total Unnötiges drin? Ich glaube, hier war irgendwas drin, was wir nicht brauchten, oder? Oder braucht man das, was hier drin war? Weiß ich jetzt gar nicht. Wir machen mal die Bombe darüber. Ich hoffe, es ist kaputt gegangen. Ist sogar sehr schön. Soll ich hier noch einmal kaputt machen? Was ist denn hier drin? Kiste. Wie ein Boom, 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 Bomberang. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Jetzt habe ich einen Scheiß-Ohrwurm von dem Lied. Kenn ihr das? Da seid ihr wahrscheinlich eins zu jung für. Ah, Kompass. Okay. Gut, es ist nicht unbedingt etwas, was ich nicht unbedingt brauche. Von mir aus. Komm mal her mit dem Scheiß. So, ich muss mir noch rüber. Oh, Wadda. Ich habe gedacht, ich komme noch vorbei. Spoiler! Bin ich? Aua! Du hässliche Kackpratze. Kompasspratze. Auch Herzen. Vielen Dank. Ach so, drei Herzen. Ich finde aber drei Herzen immer noch angenehmer als Helden-Modus. Ist einfach so. Ich finde drei Herzen viel, 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 viel angenehmer als Helden-Modus. Kleine Schüttel. Cool. Es ist oder nicht. Oder kommt und habe echt nur ich das Gefühl, dass es angenehmer ist. Habt ihr schon mal drei Herzen oder Helden-Modus oder sowas gemacht? Dann schreibt es in die Kommentare. Oder so eh nicht. Nee, nicht so eh nicht. Schreibt es in die Kommentare. Macht das mal. Würde mich ja echt mal ent... Oh, ihr Mistviecher. Hallo Schleimviecher. Tschüss, ihr Schleimviecher. Ist mir egal. Ist mir egal. Ihr seid mir egal. Ist mir egal. Lass mal hier drüben schon mal rein. Tür. Sesam. Öffne dich. Mehr Winspaß. Mit Mario Sunshine Schleim. Komm zurück. Komm, go, 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 go. Go, 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 power ranger. Komm, hopp. 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 Jetzt dreh dich. Wow. Jetzt dreh dich. Das dreht sich einmal. Seht ihr das? Deswegen verarscht mich. Es kommt schon dreh dich. Was denn? Nein. Also, was ist denn hier gerade los? Das verarscht mich. Du scheiß Windspiel. Was ist los mit dir? Geh. In die Richtung. Warum machen wir das jetzt funktioniert? Das macht zwar sogar keinen Sinn, aber... Ist mir egal, so lange ich es jetzt... Naaaaaah! Come on. Nein. Nein, 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 nein. Oh, please. Sehr gut, jetzt dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Komm, 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 weiter, 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 weiter. Bald haben wir es geschafft. Bestimmte WM war mal da. Komm, YOLO. Oh, Gott sei Dank. Das hat überhaupt nicht richtig reagiert. Da bin ich mir jetzt keiner Schuld bewusst. Nein, definitiv nicht. Da bin ich mir keiner Schuld bewusst. Nö. Nö. Sehe ich gar nicht ein. Nö, das sehe ich gar nicht ein. Warum soll ich mir da Schuld bewusst sein? So. Das war alles die Schuld. Das Ding hat einfach nicht richtig funktioniert. Das habt ihr alle gesehen. Lügt nicht. Lügt nicht rum. Habt ihr alle gesehen, dass das überhaupt nicht richtig funktioniert hat? Echt, du Scheißvieh. Da drüben kann ich erst jetzt später rein. Das heißt, wir müssen hier rein in die gute Stubel. Hallo. Alles fett? Ach, der Zwischenboss ist das genau. Jetzt kriegen wir hier gleich schon das Dungeon-Item. Das ist cool. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Oh Gott. Riesige Motte. Äh. Äh. Mistvieh. 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 Komm her. Komm her. Scheiße. Diese Klackviecher. Hab ich? Hab ich. Sehr gut gemacht. Wenn wir da ein paar Herzen aufhören, dann sterben wir nämlich gleich. Und das ist mir nix. Sterben ist mir so nix. Also das finde ich eher uncool. Na guck mal, wir sind schon mal vollgeheilt. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Eine Fee haben wir jetzt zur Not auch noch. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, in den nächsten Parts mal ein paar Gläser... Also ein paar, äh, Flaschen holen. Und wir haben den Boom, 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 Bumerang. Nice. Wählen wir natürlich auch direkt aus. Scheiße, Fernrohr. Dann würde ich sagen, wir sind Freunde, was ist das für den Part heute? Ich hoffe, der Part hat euch soweit gefallen. Falls ja, das ist auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Das würde mich sehr, 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 sehr freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play The Legend of Zelda of the Wind Waker. Ich bin Ricky Mania. Bis dahin. Tschüss, tschüss.